Aldemar HD Toll Alles klar Wir müssen sowieso an der Kiste vorbeigehen Machen wir das mal Interessant, Mann, ist das cool, oder? Ist so abgefahren Ich wollte schon die ganze Zeit safen Aber kann ich ja nicht Weil ich keinen Retterschnaps habe So, wir gehen erstmal zu unserer Kiste Holen da mal von allen ein paar Kräuter, die wir haben Äh Eigentlich müsste man die Kräuter halt Warte auf die Warnung Oh Oh, hoffentlich ist jetzt nicht einer gestorben Sag, Johanka, dass nichts mehr zu tun gibt, kannst Ah, cool Ich hab alle gerettet Hilft dabei, die kranken Verwunden zu wandeln Meine Güte, ich bin der Held Ah, ihr Lappen Wieder nichts zu tun, ihr Taugenichtse So, jetzt holen wir mal die Klamotten hoch So, aber Können wir jetzt schon mal Pebbles ein bisschen auffüllen Pebbles, so müssen wir hier gerade den Streitkolben Ein paar Pfeile Mal meine schönen Klamotten Und, äh, die Hälfte der Dietriche Meine Güte Jetzt haben wir auch wieder Platz für Kräuter So Augentrost, wir nehmen mal 10 Stück Augentrost Baldria, nehmen wir auch mal 10 Brennnesseln haben wir bestimmt Nehmen wir auch mal 10 Fliegenpilz Nein, Geweih können wir bestimmt nicht zerstören Obwohl Holzkohle, guck mal Kugel, 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 Kugel Höllenpilze Höllenpilze Weißt du, so viel Kräuter braucht man gar nicht, wie man sammeln kann 6 Kamille Löwenzahn 10 oder was auch immer 12 Ich will nicht wissen, wie viel Heilkunst von damals Abhandengekommen ist Ich will nicht meinen, dass alles im Mittelalter gut war Zum Beispiel wie der Adalas Der Adalas Hab ich das eigentlich ganz am Anfang mal erklärt Der Adalas ist, äh Schlimm Der Adalas war quasi so eine Art, ähm Medizinische Heilkunst Die sehr lange sehr in war Und zwar, äh, wurde einfach der Patient Zu Ader gelassen Das bedeutet, ihr wurde Blut abgenommen In seine Schüssel laufen lassen Ja Um das unreine Blut aus seinem Körper zu kriegen Und um zu gucken, welche Krankheiten er hat Die wollten mit Blut gucken, wie es ihm geht oder so Ich weiß nicht, wie weit das jetzt gut war Aber Äh, das hat halt Patienten eigentlich eher geschwächt Das hat die Leute halt eigentlich echt Dahingerafft Weil du brauchst Blut und für Abwehrkräfte Und, äh, das hat halt alles andere als gut getan Ja Schlimm, schlimm, schlimm Der Adalas Ich weiß nicht, ob der überhaupt in irgendeiner Weise hilfreich war Aber, äh Soweit ich weiß, war der Adalas eigentlich Wo sind die Distel? Da, acht Stück Und einmal Holzkohle Hoffentlich können wir das richtig machen Sonst müssen wir noch mehr Holzkohle kaufen So, wir können einen Retterschnaps brauen Aber jetzt bin ich schon mal hier Jetzt kann ich nochmal Den Wirt fragen Dann doch nicht Ah Wir müssen doch eigentlich immer Retterschnaps haben Guck da Sehr gut Pebbles Beginn alchemieren Was haben wir denn hier? Brennnesseln, ne? Braucht man jetzt nicht Alchemie, wie cool, oder? Da kann man richtig reich durch werden Wenn man so ganz viel Zeug braucht Jetzt habe ich auf jeden Fall die Skale zergerettet Die sind mir wichtiger als die ganzen Nero Jetzt, äh, solchen Typen Zwei Tage haben wir jetzt verplempert Ich glaube, zwei Tage Es geht Gar nicht so viel Zwei Tage hin oder her Jetzt können wir gucken, ob nicht einer gestorben ist Wird's hier sauberer? Ne, ne? Guck mal, ich kann nicht Was ist geschehen? Philipp! Wir haben dich zurück unter die Lebenden gebracht Was? Wie lange war ich bewusstlos? Eine ganze Weile Deine Freunde sind schon weg Ich Muss sie finden Erhol dich erstmal Die nächsten ein, zwei Wochen wirst du geschwächt sein Deine Freunde sind sicher in Ratei gelandet Wie die meisten von uns Also, gut Ach, und Heinrich Hm? Danke Danke Hm? Hm? Oh, ihm geht's auch gut Okay, alles klar So Wollen wir braun, meine lieben Damen und Herren Halt! Erstmal speichern wir ab Das kann ich ja jetzt wieder hoffentlich Ha! Ich wollte gerade sagen, wie es geht nicht Trinkfestigkeit Oh, ich glaube, mein Ah! Ich glaube, mein Safe Game geht nicht Weil das Spiel geupdatet ist Oh, deswegen speichert der nicht Richtig Dann muss ich nochmal meine Game Äh, den Mod installieren Ich hab ja sonst immer die Datei Äh, wie auch immer So, wir wollen jetzt das Heilmittel für Merrojet machen Ich überlebe das jetzt ohne speichern Bin nämlich der Beste Einen Retterschnaps können wir zwar auch machen Aber Hab ich die Tollkirchen mitgenommen? Ich weiß gar nicht Da So Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor Gib die Disteln in den Kessel und lasse sie für zwei Sandruhrdurchlauf kochen Gib den Baldrian hinzu und lasse alles für den Sandruhrdurchlauf kochen Lass das Gemisch abkühlen, gib zum Schluss die Kohle hinzu Aber lass das Gemisch nicht kochen Okay Baldrian, Disteln und Kohle vorbereiten erstmal Ja, dann machen wir es schön ruhig So, Baldrian Disteln Kohle ist halt das, was haben Oh, guck mal, da unten ist die Kohle So, schein, dass ich das nicht irgendwie ranzoomen kann Dann könnte ich das doch richtig lesen Gib die Disteln in den Kessel und lasse sie für zwei Sandruhrdurchlauf Verkochen, okay, das geht aber nur mit Wasser Deswegen holen wir uns das mal gerade Wasser Bäh, Wasser Guck mal, die sind so Zeichen drauf Falls man nicht lesen kann, kann man das mit Zeichen machen Ja, Aqua Guck mal, das ist extra für Leute gemacht, die echt nicht lesen können Guck mal, da ist ein Zeichen dran mit diesen, äh, Dreiecken Guck, da Wasser Ach, krass Tatsächlich So Statt nicht klein machen, ne Einladen verbreiten, blablabla Gib die Disteln In den Kessel und lasse sie für zwei Sanduhrdurchläufe kochen Wie viel Disteln? Zwei Handvoll Disteln Zwei Disteln, ein Baldrian Zwei Handvoll Disteln Öh, was war das denn gerade? Zwei Sanduhrdurchläufe, richtig? Und lasse sie für zwei Sanduhrdurchläufe kochen Ah, okay Mehrere Dingens ist schon da Blasebeig, okay Erstmal kochen Sanduhr Und nochmal Sanduhrdurchläufe Und nochmal Sanduhrdurchläufe Okay Gib den Baldrian hinzu Und lass alles für eine Sanduhrdurchläufe Baldrian So Otternasen Wulftsitzen Chips Ein Sanduhrdurchläufe Ein Sanduhrdurchläufe Ich bin gewiss, wenn wir auf die Idee kamen, das so zu machen Das ist so heftig Kochi, 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 Kochi Sehr gut So, jetzt sollen wir es abkühlen lassen Und dann die Kohle hinzugeben Abkühlen Habe ich abkochen gesagt? Okay Lass das Gemisch abkühlen Gib zum Schluss die Kohle hinzu Aber lass das Gemisch nicht kochen Und dann ist fertig, oder was? Abkühlen lassen Also ich soll es erhitzen Nur nicht kochen lassen, oder was? Bin ich jetzt echt verwirrt Das war es, oder was? Ich soll die Kohle auch nicht verkleinern, oder was? Ich habe jetzt einfach die Kohle so da reingeworfen Das war bestimmt schlecht Nicht kochen lasse ich Gut, ich lasse nicht kochen So Und jetzt? Ich habe ein Haimittel gemacht Oh mein Gott Okay Ich bin einfach der Beste Ich bin der Beste Überschätzt dich nicht selbst so Okay Oh mein Gott Meine Güte Jetzt kann ich auch wieder reiten So Aufsitzen Wo war er denn? Auf nach Meru jetzt Hoffentlich ist der Kahn Er jetzt krepiert Weil ich da so lange weg war Aber so lange war das gar nicht Meine Güte Das war jetzt viel Hin und her gereitet Aber cool Boah, das Alchemie-Zeug ist ja mal cool Ich muss mir noch Retterschnäpse jetzt brauen Ah Überfall Überfall Ja, wo seid ihr denn? Ich muss meine neue Axt ausprobieren So, hier ist das Schmuckstück Seht es euch an Hallo Diebisches Park Seht ihr hinter den Büschen? Hallo Mann, das ist aber nicht freundlich Ich bin bestimmt hinter den Büschen Und komme nicht nach vorne Gut, dann reiten wir weiter Scheiß drauf Dann weiter Reiten wir Ach, wir sind schon da Guck mal Ach, dann reiten wir dahin Ist mir doch egal There is a smell yet Ich habe das Heilmittel Das gibt es doch nicht Scheiße Was ist denn jetzt los? Lass mich in Ruhe Okay Ich kann nichts mit dem Machen Also hier bin ich Doch Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es Ich werde vier Dosen nehmen Du den Rest Ich kümmere mich um Strohs Familie Und du übernimmst Melichas Frau und die anderen Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen Sie wollen, dass er leidet Auch wenn er schlimme Dinge getan hat Aber eine sterbliche Seele So zu behandeln Vielleicht kann ich sie überzeugen Ich habe ihnen Hilfe versprochen Und mein Wort gehalten Sie müssen mich zu ihm lassen Mag sein Aber in der kurzen Weile Die ich hier bin Habe ich festgestellt Wie verstockt die Leute hier sind Das ist doch Melchias Frau, oder? Das ist halt jetzt Nacht Das ist halt blöd Geh doch mal weg von hier Ich soll die heilen So, da zu wem geht er Komm, mach das mal hier Gib dem Ach ja, rum mal Lass mich doch alle Wer ist denn dieser Milchiebler Kacki Typ Ne, warte mal Das ist der hier gewesen Das ist der hier gewesen Sonst hau ich den einfach um Den Typen Mir doch egal Ach sie, ne Ne, das ist Johanka Erzähl mir mehr über die Danke Dorfbüronerin Gelobt sei Jesus Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte Und Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen Nicodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften Aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht Ich habe einen Verdacht Den Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist Diese Bastarde Jetzt leg ich nicht wieder hin Ich habe das Heilmittel Ich habe euch Hilfe gebracht Wie versprochen Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich Natürlich Mein Junge Wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft Hast du im Dorf freie Hand Ob ich die Seuche besiegen konnte Wird sich erst zeigen Es wird ein paar Tage dauern Ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt Ich weiß Aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert Bedeutet uns viel Von wegen verbohrt Danke, Herrn Ratzig Es war sein Wille, dass euch geholfen wird Herr Ratzig ist ein guter Herrscher Nie wieder verliere ich ein schlechtes Wort über ihn Jetzt öffne den Schuppen Äh Es gibt eine Theorie Also die ist von mir Und quasi meiner Freundin Wir haben diskutiert Weil sie spielt das auch intensiv Wir vermuten Weil wir haben beide die Hauptsache nicht durch Die sind ungefähr auf gleicher Weite Wir vermuten, dass der Ratzig Eventuell Das ist nur eine Theorie Weil ich habe keine Ahnung Wie das Spiel endet Dass eventuell Irgendwas Muss damit sein Also dass der so gutmütig zu uns ist Klar kann unser Vater der Schmied Und ihm geholfen haben Irgendwo bei Aber vielleicht sind wir Der Bastardsohn vom Herrn Ratzig Den der Schmied hat Haben uns aufgenommen Ja Irgendwie so Also es ist auf jeden Fall ein bisschen Tricky Was tust du da Mit der Dorfbewohnern reden Oh Mann Das gibt's doch nicht Oh Mann ey Na gut Dann gehen wir jetzt mal zu Äh Warte mal Wer ist denn noch Da hinten Wir müssen so Ich kann nicht rennen Das ist gerade ein Problem Ja also die Theorie Dass er eventuell Äh Unser eigentlicher Vater ist Oder wie Aus irgendeinem Grund Ich meine Es kann doch nicht sein Dass der so Gutherzig ist Aber gut Das ist nur eine Theorie Wer weiß Wir gucken mal Ich bin noch Ungespoilert Das ist das tolle Vincenz Du bist zurück Natürlich Versprochen ist versprochen Ich hatte keine Zweifel Hast du das Testament übergeben Wofür Noch nicht Noch nicht Zaudere nicht länger bitte Auf dem Sterbebett Muss man alles in Ordnung bringen Keine Sorge Ich habe ein Heilmittel aus Sasau Trink das regelmäßig Du und alle anderen im Haus Ein Heilmittel Du hast Hände aus Gold Aus purem Gold Gott segne dich Scheiße Ich habe genug Jetzt nicht tot umfallen Bestraft Wofür Reicht das Dass ich dem jetzt Das Heilmittel gegeben habe So Okay Dann haben wir noch Die eine Frau Dass die vielleicht auch krank ist Müssen wir mal gucken Da waren wir Zuvor kommen wir Nicht wirklich Und da unten Der eine Typ Mit dem ich Bruder Dann kann man hier sind auch wieder wach Da rumlaufen Hätte das gedacht Bruder Ja 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 Achso Ist es Trink etwas davon Und gib es auch den anderen im Haus Bruder Nicodemus Kommt dann und schaut nach euch So dann gehen wir jetzt mal zum Dingens Obwohl wir haben noch die eine Frau hier Ich weiß ja nicht ob die auch krank ist Das ist schon schade Jemand hätte vielleicht überlebt Du bist zurück Ja Und ich habe etwas Was ich auch krank Guter Gott im Himmel Wir danken dir für deine Gnade Trink das Und verteile es an alle im Haus Ich habe auch jemanden mitgebracht Der sich um euch kümmern wird Bis ihr wieder gesund seid Danke Barmherziger Samariter So jetzt zum Gefangenen Jetzt keine Quest abbrechen lassen Bitte Lass ihn nicht krepieren Jetzt warten und sehen was passiert Ja dann Vielleicht sollte ich hier warten Nicht dass ihm was passiert Schließen Okay dann warten wir mal Nicht dass ihn jemand tötet Werden wir hier warten Das kann ja auch gut passieren So ist ja nicht Und es wird hell Und Sonnenaufgang Ah es geht Willkommen zurück unter den Lebenden Wer bist du? Ich bin Heinrich Und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kobella Oh Verstehe Mit mir wirst du leichtes Spiel haben Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen Eine weise Entscheidung Ich bin ein weiser Mann Ich möchte, dass es schnell geht Will den Rataia Henker nicht unnötig aufhalten Wenn du verstehst Ich verstehe Was willst du wissen? Alles Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt Wem folgst du? Dem Gold, Junge Jeder andere auch Das ist nichts Neues Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht Wie alle in Priebeslawitz Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer Und der lässt es münzen Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken Niemand weiß wirklich was über ihn Nur, dass er kein Tscheche ist Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht Er war sicher kein Tscheche Und er hat Geld wie Heu Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist Wegen seinem Aussehen? Er ist einer Rede nach Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden Aber er redete daher wie einer Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer Nach Priebeslawitz befahl er uns mehr Heu hier zu überfallen Kam aber nicht mit Ging sonst wohin Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Das sagst du Ich sage, du siehst das alles falsch Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz In Priebeslawitz gab es alle möglichen Banden Große und Kleine Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse Männer kamen und gingen Viel Gezänk, Mord und Totschlag Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander Weißt du, was ich meine? Schätze schon Es war ein einziges Durcheinander Hauptsache keiner stellt er Fragen Mir war es scheißegal, wer der Anführer war Was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei Mir ging's nur ums Geld Aha Woher wusstest du von Priebeslawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Morcock Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen Wir kamen ins Gespräch Und er erzählte mir von Priebeslawitz Das ist der Typ, den wir bei der Mühle getroffen haben Der hätte uns auch da hinbringen können Aber die Sidequests haben wir nicht gemacht Wozu der Angriff auf Mehrhoyet? Der Anführer selbst gab den Befehl Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen Dass er noch lange nicht geschlagen ist Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus Priebeslawitz war erst der Anfang Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich Ich brachte die Groschen nach Priebeslawitz Mit ein paar anderen Dingen Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht Bei den Minenbestimmt Ein Händler namens Menhard gab sie mir Menhard Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Ravna Ha Bei der Kreuzung Wie es der Zufall so will Soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen Also wartet Menhard dort Vielleicht Vielleicht auch nicht Er könnte von Priebeslawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen Und weiß Menhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt So wie er nichts über mich weiß Verstehe Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt Wäre Zeitverschwendung Er übergab mir die Münzen Und dann Gingen wir getrennte Wege Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert Welche? Briefe für den Anführer Menhard gab sie mir Und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen Hast du diesen Brief noch? Sicher doch Diese Bauerntöpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe Dann her damit Mit Freuden Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard Das war alles Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen Das Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen Cool Der Arme Oh mein, das ist doch auch mal Ein Mob, na toll Nix da, ich werde ihn verteidigen Der soll seine ordentliche Gerichte straff erhalten Und nicht vor mir Ich bin kein Richter Es sei denn, mich greift jemand an Dann verprügeln wir den Opa mal Reden wir drüber Mach, was du willst Er kommt mit mir Reden wir darüber Pah Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet Ich will ihn tot sehen Ach guck mal Das ist überhaupt nicht schwer, den zu überreden Ich verstehe dich Stroh Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet Und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte Und wenn du ihre Mörder in die Finger bekämpfst, würdest du sie leben lassen? Ich Ich schätze Siehst du? Aber gut Schaff diesen Bastard raus Und wenn du eines Tages die Mörder deiner Eltern findest Denk an diesen Tag zurück Bring den Gefangenen in den Kerker von Ratai Oh man, da sind alle sauer Okay Leute, wir speichern ab Bis zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance Haut rein Bis zum nächsten Mal